Das war's für heute. Ich bin mit Spritzen weg! Ich will nicht sterben, nicht so. Ach, bitte. Lass sie den Jahn auf allein schaffen. Ich schlitzel dich auf! Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Der Champion? Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Das hier ist keine Rebellion. Das hier ist keine Rebellion. Es ist eine Täuschung. Ein Witz auf Kosten Corkwalls. Auf Kosten eures und meines Zuhauses. Ich lasse nicht zu, dass ich erneut mit leeren Händen dastehe. Nein. Euch wird noch weniger bleiben. Ich glaube, wir wollen uns hier zu erschaffen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr Narr. Warum habt ihr das nur getan? Ich werde Leute wie ihn niemals verstehen. Selbst wenn ich hundert Jahre alt werde. Gehen wir zur Kaserne, Hork. Meine Gardisten werden dort schon auf mich warten. Die Kaserne sind in der Kaserne. Wie geht es euch so kurz vor dem Ende, Varric? Ich rechne in Kürze mit der Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln. Macht etwas daraus. In Ordnung? Für euch, werte Dame, Sonnenuntergänge und Rosen ohne Ende. Varric. Und die starke Hand des Gesetzes, die alles beiseite wischt. Ich hatte gedacht, das wäre ohnehin klar. Cheven! Miese Ratte! Da baut man etwas Gutes auf, müht sich dafür ab und dann schlägt die Vergangenheit einfach ihre Klauen hinein. Ihr konntet euch nichts anhaben. Eure Männer sind loyal. Sind sie das? Ich habe einen Ruf für sie aufgebaut, aber so etwas schadet allen. Ich frage mich, was ich tun würde, wenn ich vor meinem Hauptmann keinen Respekt mehr hätte. Hauptmann, wir warten auf Befehle. Werdet ihr sie befolgen? Darf ich freisprechen? Es gibt keinen Mann und keine Frau, die euch nicht bis durch die Leere folgen würde. Hauptmann. Ich mach's. Entschuldigt mich, Hawk. Meine Wachen brauchen mich. Jekorde dich. Ich trage mich.